Musik Du Karl! Ja? Karl! Tinker, grad geh ich über die Treppe rauf, da beginnt nun unsere Hausfrau. Ja und? Wir haben ja unsere Miete bezahlt. Nein, von dem ist ja keine Rede. Denk doch nur, geschenkt hat's mir schon wieder was. Rat einmal, was ich da drin hab. Ganz jung. Nein, rat doch gescheit. Mit Tee geht's an. Mit Tee? Ein Tannenbaum? Nein. Ich sag das lieber. Schau her, schau her, was sie mir geschenkt hat. Zwei Theaterbilöcken für den Faust. Ach, drum, dann hast du's so gemacht. Ja, was sagst du denn da dazu? Dankeschön. Jetzt dürfen wir heute noch in den Theater gehen. Aber es ist doch schon drei Viertel auf sieben Uhr. Ja, wann geht denn das Theater an? Da werden wir jetzt nicht mehr zurecht kommen. Wann geht denn das an, das Theater? Halb acht Uhr gehen sie meistens an die Theater. Um halb acht Uhr? Nein, das geht doch erst um acht Uhr. Um halb acht Uhr. Was ein anständiges Theater ist, geht um halb acht Uhr. Ist nicht wahr, die Theater gehen immer erst später an. Weiß nicht, vor vier Wochen, da waren wir doch einmal in einem Ding, in einem Frühschoppen, der ist erst um zehn Uhr angegangen. Das ist doch ganz was anderes, ein Frühschoppen, als wie ein Theater. Ja, das ist jetzt gleich, jetzt überleg das nur nicht lang. Wir haben noch nicht gegessen, wir haben noch nicht getrunken mehr. Bis wir uns angezogen haben, bis wir hinkommen am Theater. Nein, das Essen ist ja fertig. Also an mir liegt es nicht, frisiert bin ich sofort. Na also dann komm, ich richte jetzt Essen her. Ja. Erkämen kannst dich doch danach auch. Jetzt müssen wir zuerst essen. Das mache ich, wie ich will. Jetzt wird zuerst gekämmt und dann wird gegessen. Schau. Es ist zum Kotzen. Stell dich doch nicht ganz so dumm. Gibt's denn sowas auch? Freilich gibt's das. Du siehst doch, dass er nicht stehen bleibt. Ja, dann stell ihn doch richtig hin. So steht er aber, so nützt er mich gar nicht. Ich kann nicht so... Da musst du ihn eben umdrehen. Das alte Lied. Ach, bist du ein Mannsbitt. Da, warum steht er denn jetzt? Es ist schon 7 Uhr. Wir kommen nicht mehr ins Theater. Das geht ja erst um 8 Uhr an. Halt, 8 Uhr geht's an. Manni, um Halt, 8 Uhr geht's an. Um 8 Uhr geht's an, da tät ich gleich wetten auch mit dir. Da kannst du doch kein Scheitel mehr machen. Ich bin's aber so gewöhnt von Jugend her. Wie ich mir nur so eitel sein kann. Auf dem Kopf können Hexens noch die Leute Schlittschuh laufen. Ich möchte überhaupt bloß wissen, für wen du dich gar so schön herrickst. Schließlich sitzt im Theater ein junges, schönes Fräulein neben mir. Ja, die wird dann grad dich anschauen. Die schaut doch dann den Faust an. Ich mein doch in der Pause. Im Erfrischungsraum. So, jetzt komm. Es wird gegessen. Ein, ein Tropf. Kurz gesagt, ein Tropf. Noch, noch, noch. Jetzt hat er sich vergabelt. Weißt, immer zu gleicher Zeit. Ja, also mit, mit Gewalt geht's gar nicht. Ach. Jetzt ist es Viertel, Viertel über sieben Uhr. Ja, ja, red nicht lang, sonst wird's ja noch später. Ja, warte, warte, warte. Halt dich du ruhig, halte dich ruhig. So. Jetzt ist wieder Grund. Red nicht zu viel. Jetzt weiß ich wenigstens, wer unsere Gabeln immer so kaputt macht. Red nicht zu viel, es ist sieben, ein Viertel Uhr. Das geht ja erst um acht Uhr an. Um halb acht Uhr. Ja, ja, jetzt essen wir schnell. Um halb acht Uhr. Schnell soll man nicht essen. Da verdirbt man sich am Morgen, aber wir müssen schnell essen, sonst kommen wir nicht mehr ins Theater. Da. Da ist der Kraut. Ich nehm mir meine Sache schon selber raus. Na, na, jetzt mach doch keine solchen Faxen da. Unter dem Essen brauchst du doch nicht in den Spiegel näh' schauen. Gerade unter dem Essen soll man im Spiegel näh' schauen. Dann hat man zwei Portionen. Was machen wir denn mit unserem Sohn, wenn der heimkommt von der Arbeit, der weiß nicht, was los ist, dass wir ins Theater gegangen sind, das weiß er nicht. Da hab ich schon dran gedacht. Dann müssen wir das Essen warm stellen und bevor wir fortgehen, da schreiben wir ihm noch einen Zettel. Schreiben wir ihm einen Zettel? Ja, bleib nur du da. Ist nur du weiter. Den schreib jetzt ich den Zettel. Ja, bleib'n du. Ja. Ja, was magst du denn schon wieder? Eine Pflege ist da drin. Das ist ja das längste Schneegestäber. Also, ich schreib' ihm, dass wir nicht daheim sind. Das brauchst du ihm nicht schreiben, dass wir nicht daheim sind. Dass wir vorgegangen sind, das musst du ihm schreiben. Ja, also, was soll ich denn dann schreiben? Du schreibst, da schreibst du ganz einfach, lieber, lieber. Ja, ja. Lieber. Ich schreib' lieber, lieber. Na, na. Wie heißt er denn gleich? Sag's. Du wirst doch als Mutter wissen, wie dein Sohn heißt. Ja, ich weiß es schon, aber jetzt momentan, weil man ihm immer Bube dazu sagt. Das ist der Fehler. Ja, wie heißt denn? Heißt ich denn dir? Warte, ich frag' einmal die Nachbarin. Nein, nein, bleib da, bleib. Wir werden doch noch wissen, wie unser eigener Bub heißt. Hier ist das Maria und Josef. Josef heißt er. Jetzt haben wir es ja. Sehr geehrter Herr. Nein, ich schreib' mein, lieber Josef. Mein kannst nicht schreiben, weil er mir auch gehört. Also, dann schreib' ich unser lieber Josef, damit du beruhigt bist. Sehr geehrter Herr, unser lieber Josef. Münchending. Und ich brauch's alles nicht. Dein Essen steht am Ofen. Mach es dir warm, weil es schon kalt ist. Es ist schon Dezember. Ich mein' doch das Essen. Ach so. Und weil wir ins Theater gehen müssen. Müssen tun wir nicht, wenn wir nicht wollen, müssen wir nicht. Dann streif ich's durch, dann schreib ich Dürfen. Dürfen, können, können ist gut. Werden. Werden. Dann sind wir aber doch sofort, wenn er den Zittel lest. Dann schreib's durch, gegangen sind. Das ist gut, das ist gut. Schreib, rede ich bitte. Begangen sind. Sollte. Was sollte? Sollte das Theater aus werden. Hoffentlich. Dann kommen wir vielleicht bestimmt wieder nach Hause. Ich grüße dich. Hochachtungsvolk. Nein. Seine, 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 seine fortgegangenen Eltern. Nebst Mutter. Ach, Mann, du bist doch dabei schon bei die Eltern. Ja, das, dann weiß er, wer den Zettel geschrieben hat. Dann mach ich halt da einen Punkt, sonst liest es rimpf ich unser Bubi dann weiter. Ja. Jetzt schreib's dann hier, not a penny. Not a penny. Auch noch. Schreib. Solltest du aber das Essen lieber kalt mögen? Fragezeichen. Lieber kalt mögen? Fragezeichen. Ja. So brauchst du es nicht warm machen. So brauchst du es nicht warm machen. Nicht unterstreichen. Ja. Nicht warm machen kann man, weil es dir sonst zu heiß wird. So. 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 Den Zettel legen wir ihn jetzt am Tisch her. Dann sieh den gleich, wenn er heim kommt. Nein, nein. Da müssen wir einen auffälligen Platz nehmen. Pass auf, da hab ich eine gute Idee. Den stellen wir jetzt. Pass auf. Den stellen wir da her. Ja. Nein, das ist nichts. Nein, 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 nein. Lass den Zettel. Ach da, da sieht er ja nicht da mit der Wasi, da meint er dann, er hat einen Namenstag. Er hat aber keinen lassen. Natürlich hat er einen Namenstag, am 19. März. Ist doch Josef. Er hat keinen. Pass auf. Der sieht er nicht da drüben, weil er da gar nicht rüberschaut. Er kommt jetzt von der Arbeit heim, stellt sich wahrscheinlich daher, denkt sich, ja, was ist denn da für Zettel? Ah. Das ist... Da muss man es haben. Das ist ein Schmarrn. Das ist... Wir schauen freilich rein in den Spiegel, weil wir doch schon wissen, dass der Zettel da drüben ist. Spiegelt sich doch ab. Ja, aber der Bub, der hat doch keine Ahnung. Jetzt, wenn er reinkommt und schaut nicht rein in den Spiegel? Dann schauen muss er. Wenn er aber nicht mehr schaut. Ja, so wenn er nicht mehr schaut. Und das handelt sich ja jetzt. So. Hab schon. Schreib schnell noch einen Zettel. Wenn du kommst, schau ich sofort in den Spiegel. Sehr einfach. Das ist was. Das ist was. Also, was soll ich schreiben? Schau ich sofort in den Spiegel. Wenn du heimkommst, dann schau ich gleich in den Spiegel, dann siehst du was. Natürlich. Schreib ich noch nicht. So. Jetzt haben wir uns so lange aufgehalten mit der Zettelschreiberei. Jetzt um 8 Uhr geht's an. Es ist gut, dass du um 8 Uhr erst an... Anne, es geht um halb 8 Uhr an. Nein, red doch nicht. Um 8 Uhr geht's an. Nein, ich war einmal in einer Versammlung, die ist auch um halb 8 Uhr angegangen. Ach, das ist... Ich weck mit dir, dass das Theater um 8 Uhr angeht. Ich mein... Ich mein, abspielen tue ich dann erst mal in der Früh. Das ist... Das ist doch nicht wichtig. Das ist so unwichtig. Ja, alles. Zieh dich mir schon zuerst an. Wie glaub ich nicht. Ich mein... Ja, ich wär schon fertig. Ja. Also schnell! Rechts die Zeit! Anni! Anni! Mach mir den Kragen zu! Sonst zerfetze ich das Ganze! Was soll ich denn tun? Den Kragen säß mir zu machen. Da, halt einmal die Schere! Au! Das ist doch das blödeste, was auf der Welt ist! Ja, ja. Gib's mir! Ding verkehrt ihn! Aber du bist furchtbar gescheit! Du hörst erst Gras wachsen, du! Das kannst du doch denken, das ist doch eine heiße Schere! Das hab ich schon gespürt! Hab ich schon gespürt! Wie soll er das denn sonst... So nicht! Auf jeden Fall! Ah! 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 Ich kann gleich alles zerschmeißen von Lauter! Hm! Jetzt hab ich's Netfall wieder hinter geschmissen! Jetzt hat er wieder kein Netfall! Also wenn du so weitermachst, dann kommen wir zu spät! Das Heidings-Theater, das seh ich jetzt schon wiederkommen! Dann müssen wir's halt suchen! Ja, suchen! Freilich müssen wir's suchen! Ja, aber schon viel aus der Welt kann's net sein! Irgendwo muss's ja sein! Was ist was? Vielleicht ist unter... Vielleicht ist unter den Kasten reingefallen! Dann, ich geb einmal den Kasten auf! Au! Au! Alles in drei! Ah! Da liegt erst ein Äpfel! Nein! Oh mein, oh mein! Ist das was bei uns! Ah! Wo ist der Kran? Wo ist mein Kran? Jetzt hat er wieder kein Kran! Ja, im Moment hab ich ihn doch noch in der Hand gehabt! Ja, da ist er ja! Nein, der Kran! Ja, da ist er! Jetzt zieh ich mich einmal an, dass wenigstens eins fertig ist! Ja, tu das! Äh, soll ich, soll ich das schwarze Kleid anziehen? Ja, zieh das schwarze an! Ja! Ja, oder soll ich das Braune heute einmal anziehen? Ja, du ziehst auch an! Ja, ich kann doch nicht zwei Kleider anziehen! Warum nicht? Dann friert sie nicht! Ja, wenn man nur dich um was fragt! Jetzt zieh ich einmal das Braune an, dann zieh wir schon! Das schwarze kann ich dann immer noch anziehen! Ich hab gesagt, wo sind denn wieder meine Schuhe? Am Boden steht sie denn unter! Am Boden! Sie hat sonst keinen anderen Platz! Und geputzt sind sie auch wieder nicht! Fanny! Die Schuhe sind auch wieder nicht geputzt! Hörst mir heute an! Kannst mir die anderen nicht reinbringen! Nein! Es geht schon! Auf halb acht Uhr! Fanny! Fanny! Tu mir die anderen Schuhe hinüber rein! Ja, Karl! Karl! Mach mir einmal mein Kleid ein! Das sind ja die, die mit denen ich Gummi absetzt! Die kann ich nicht vertragen! Jetzt tu mir nicht die mit den Schuhen am Tisch! Auf das Beleitungsverdust! So! Ja, ja! Jetzt hast du wieder ein Vollbart angeschlagen! Komm! Mach mir das Kleid zuerst ein! Ich muss nicht doch zuerst meine Schuhe einmachen! Nein! Jetzt muss man zuerst das Kleid einmachen! Jetzt kommen wieder die 200 Ackerl! Die kommen gar nicht, weil ich sie modernisiert hab! Wieso? Da! Ah! Reißverschluss! Das ist praktisch! Das ist doch praktisch! So! Was war denn das immer für ein Theater? Wenn man ein Hackerl zugemacht hat, dann ist das andere wieder aufgeguckt! Ich meine, erzähl mir nicht so viel Schau lieber, dass du fertig wirst! Ja! Beim Ausziehen war es doch genauso! Das interessiert mich nicht! Wenn ich einen Hackerl aufgemacht hab, dann sind wieder zwei Zukunft! Zukunft! Ja! Das ist aber interessant! Ja! Das ist Schuhbaum-Ackerl! Das ist doch... Ich weiß nicht mit deinen ewigem Nervosität! Andere Leute gehen doch auch ins Theater! Reiß da immer rum! Da kehrt alle Monat neue Schuhbinder nennen! Aber die Frau, die gnädige Frau hat ja keine Zeit! Die muss ja im Kino gehen alle Tage! Zum Hans Alvers! Ja! Aber diesen treibt er noch aus! Ja, schöner ist er wie du doch noch mal! Den treibt er noch aus, den Hans Alvers! Ich will... Den treibt er noch aus, du! So! So? Was meinst? Aber ich, ich glaub, der macht mich ein bissl zu pompös, he? Der drückt mich so! Ja, des ist doch ganz egal! Setz irgend einen auf! Schau, dass wir weiterkommen! Ja, ich glaub auch! Ist mir auch lieber! Du? Schau her! Was meinst du zu dem? Hm? Ich glaub, der macht mich furchtbar frech! Ja... Der hat mir noch nie gefallen da! Mir auch nicht! Ich setz doch lieber das Theatertuch auf! Das geitet mich auch besser! Ich auch! Und mir aus setzt du auf, was du machst! Schau, dass du fertig wirst! Wir kommen ins Theater, wenn der Faust heim geht! Der muss dann gleich haben! Danke! So? Jetzt brauch ich bloß noch aufräumen, dann können wir schon gehen auf! Nein, jetzt wird nicht mehr aufgeräumt, sondern jetzt wird ins Theater gegangen! Ja, so kann man doch die Wohnung nicht verlassen! Ich denk, ich tät' das noch ein Kanarienvogel früßchen! Das Wasser geben dir doch! Die Treppe runterputzen! Okay! Jetzt red' nur nicht so! Ein langweiliges Brauenzimmer bis im Buchstil! Ja, frisst mich nur nicht gleich wieder! Nein, du möchtest nicht fressen! Dich möchtest du frisst! Fangst du jetzt wieder an! Ja! Aber das hast du doch noch jedes Mal so gemacht! Dürfen wir bloß... Ja, ich sag doch gar nichts! Du fangst ja an! Aber das ist doch regelmäßig so bei uns! Aber jedes Mal war's noch so! Darf mich bloß ich auf was freuen! Dann geht's schon dahin! Ich kenn' dich ja! Ich kenn' dich ja zu! Genau! Ich dich auch! Ich hab' so das ganze Zeit... Wollte ich hätt' ich nicht hinnengern! Ich hab' so das ganze Zeit... So zum Arbeiten, da bin ich's ganz ja gut genug dazu! Und ich kann da lesen! Aber da bin ich recht! Wenn ich alle Woche das Geld will ich! Da! 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 Ja, jetzt ist mir schon wieder vergangen, die ganze Freude! Aber so machst' es doch du jedes Mal! Ich kenn' dich schon! Ich kenn' dich zu genau! Jetzt wird wieder den ganzen Weg gestritten! Und im Theater drin wird gestritten! Noch weiter gestritten! Aber das sag' ich dir gleich! Auf ein solches Vergnügen verzichte ich von vornherein! Da bleib' ich lieber daheim! Und du? Du kannst allein ins Theater gehen! Allein ins... Wie kann ich dich mit zwei beleiden? Allein ins Theater gehen? Auf das... Hab' ich gewartet! Auf diese Heulerei hab' ich gewartet! Das muss bekommen! Ja, ich kann doch auch nichts dafür, dass mir jemand zwei Beläten schenkt! Ja, kann denn ich was dafür! Ich möcht' bloß wissen, ob's bei anderen Leuten auch so zugeht wie bei uns! Genau so! Das gibt's ja gar nicht! Weißt, was ich hier tue? Nein! Ich zieh' mich jetzt aus und geh' ins Bett! Du gehst nicht ins Bett, du gehst jetzt her, zum Faust! Ja, also meinetwegen, aber nicht wegen dir! Nur wegen Faust! Ich will den Faust nicht sitzen lassen! Fanny! 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 Komm! Bist jetzt fertig! Ja, ich bin fertig! Und schlampig bist du wieder angezogen! Aber fertig bin ich! Was hast denn du für ein Hemd an? Ist gestreiftet, ist selbstliniert! Na, ich bitte dich, mit dem Hemd wirst du doch nicht ins Theater gehen wollen! Ja, ich kann doch nicht vor halb acht mir jetzt noch ein frisches Hemd anziehen! Ja, das ist doch dein ältes Ding, das hast du schon 14 Tage lang! Also mit dem Hemd geh' ich nicht aus dem Haus! Du ziehst jetzt ein frisches Hemd an! Fanny! Wenn dich mit dem Hemd jemand zieht, die Leute meinen ja, ich bin eine Drecksau! Macht er nicht! Du ziehst jetzt einfach ein anderes Hemd an! Na! Na, na! Den Tag wär' ich nie vergessen! Aber derer Hausfrau wär' ich san! Die soll ihre Theaterpiletten schenken, wem's mag, aber mir nicht mehr! Immer andere Leute belästigen mir die Theaterpiletten! Wann klopfen denn Sie nicht an? Ja, haben Sie denn gar kein Schamgefühl? Mein Mann steht im Nögelischee da! Du gehst sofort ins Schlafzimmer! Hört sich doch alles an! Da! Ja, was wollen Sie denn eigentlich? Ja, bitteschön! Nur ein paar Tropfen Salat-Öl! Ich hab' doch keine Zeit! Wir müssen ja ins Theater gehen jetzt! Nur ein paar Tropfen! Alter, Sie kommen doch aber auch immer im ungünstigsten Augenblick dahin! Ja, bitteschön! Ja, ich tät' mir halt selber mal ein Salat-Öl heim! Das ist was! Wie viel wollen Sie denn? Ja, nur eine Kleinigkeit! Daniel, wo hast denn mein Hemd? Wo hast denn mein Hemd? Das schöne Gläub! Gleich weinen könnt' ich! Das ist mir aber peinlich! Ja, da hab' ja ich nix davon! Ist gut, dass nur ein Öl ist! Das gibt wenigstens keine Flächen! Genickt Ihnen das? Ja, ja, dankeschön! Also viel Vergnügen! Ja, schau' ich dass! Weiterkommen! Anni! Wo ist denn das Hemd? Ja, da liegt's! Am Stuhl! Es ist zum Verzweifeln! Ja, das ist wirklich zum Verzweifeln! Das ist wirklich so! Die andere kommt noch um ein Stück Salat-Öl daher, vor das wir ins Theater gehen! Was ist? Das ist ja das Hemd vom Bubi! Das ist das Einzige, was in der Schublade drin war! Aber das kommt nur von deiner Ordnungsliebe! Du weißt ganz genau, dass du nur zwei Hemden hast! Und die reißt immer raus und sagst mir nix davon! Also schnell! Zieh von deiner Brust ein Vorhemd an! Manni! Schnell ein Vorhemd! Schell! Also du bist doch ganz ein unmögliches Mann! Wie bist du? Da! Da hast du ein frisches Vorhemd! Dann sieht man das schwunzige Hemd nicht! Zieh's an! Komm! Komm! Das ist ja zu lang! Ja, dann reiß das ab! Ist doch gleich jetzt! So! Schnell, schnell! Wir kommen ja zu spät ins Theater! Meinst du, sie warten bis wir kommen? Da hast du ein Jucken jetzt! Schick dich! Was ist denn! Was ist denn da? Da hast du ein Schirm! Höchst du da! Acht Uhr ist gleich! Acht Uhr! Halt ab! Mein Gott ist doch das was mit uns! Ich... Ja, mach! Wir kommen ja zu spät! So, schnell! Schnell, schnell! Schrecklich ist das! So, bist du jetzt fertig? Ja, ich gehe hier. Komm, 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 wir kommen ja zu spät. Das ist was, bis wir weiterkommen. Wir sehen ja höchstens bloß noch einen Mittelfinger statt den ganzen Haus. Ja, weißt du, wie viel Uhr das? Bis 8 Uhr. Ja, 8 Uhr, wir müssen doch das Ganze sehen. Komm, mach das Licht aus. Hast du alles? Hast du alles? Theater, äh, hast du die Theaterpiletten? Nein, ich habe alles, Rede, ich habe alles. Die Theaterpiletten. Wie? Die Theaterpiletten, hast du. Billetten? Ja, hast du sie. Die hast ja du. Nein, du hast sie. Geh, rede doch nicht, die hast du die Billetten. Sari, die hast du die Billetten. Ja, mich hättest du auch nicht Billetten. Nein, Gott, ist das was. Mach Licht. Das wäre ja jetzt die Höhe, wenn wir jetzt keine Billetten hätten. So was begreif ich nicht mehr. Ich, ich hab doch mein Dessert gar nicht aufgemacht. Nein, du, du bist mit der Faust gekommen. Ach, was mit der Faust? Da drüben was g'siessen und da hab ich dir die Billetten ins Hand g'siessen. Nein. Das weiß ich ganz bestimmt. Du hast gesagt was. Ach, also wenn's nicht mein Mann wär's, dann würd ich jetzt sagen, du bist das Größte, rümpig, was auf der ganzen Welt rumlauft. Fanny, aber du darfst wohnen nicht. Das ist gleich, ein Mensch muss einfach wissen, wo er seine Billetten hin tut. Ja, natürlich ist da nix drin, da kann ja nix drin sein. Fanny, Fanny. Ach, mit der, hör doch mal auf jetzt mit deiner Saut um in Fanny. Ja, wenn wir nur die Billetten hätten. Halt, halt vielleicht. Hast du's? Ja, da hat das ja jetzt. Ach, jetzt gib's mir gleich her, sonst verlierst du's noch ein paar Mal. Da sind's jetzt. Ja, da steht ja des auch drauf, wann's angeht. Da hätten wir aber gleich auch drauf schauen können, da. Anfang 8 Uhr, da, da hast du's jetzt schwarz auf weiß. Dann haben wir ja Zeit. Ja, wer hat jetzt wieder einmal recht gehabt? Da, Anfang 8 Uhr. Freitag, den 19. Anfang 8 Uhr. Was? Wieso Freitag? Freitag. Ja, heute ist ja erst Donnerstag.